Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Der Kalle Rummenigge spricht natürlich als ein Trainer aus der Seele. Der möchte weitermachen, die Bundesliga-Saison läuft, die Champions League läuft. Man will seine Spieler vor Ort haben und da brauchst du keine Länderspiele. Und wir haben über Verletzungsprobleme gesprochen, wir haben gerade auch schon über Robben gesprochen. Das sind halt solche Sachen, die in Länderspielpausen passieren. Und deswegen glaube ich einfach, dass die Klubs ihre Spieler einfach gerade in so einer Hochphase der Saison, die Spieler sind jetzt fit, die sind im Rhythmus, da wollen die die auch zu Hause haben. Da wollen die auch mal trainieren eine Woche. Weil bei diesem Rhythmus, den man hat, dieser vielen Spiele, da ist es einfach auch gut, wenn die Jungs mal in ihrem eigenen Bett zu Hause schlafen können, wenn sie vom Klubtrainer betreut werden, wenn sie individuell auch mal nachgearbeitet werden können. Hier der eine oder andere braucht vielleicht mal ein individuelles Training. Und das vermeidet natürlich so eine Nationalmannschaft. Und deswegen kann ich natürlich auch den Ärger verstehen, den die Klubs machen. Weil sie sind am Ende diejenigen, die halt auch für die Spieler bezahlen. Vor allen Dingen, wenn sie Spieler verletzen. Das ist, glaube ich, das große Problem.